Moin hallo was geht YouTube was ist denn hier los warum kriegen wir ein Trailer nach dem anderen also wenn Tekken 8 dieses Jahr noch rauskommt dann bin ich echt aus dem Häuschen ich schwöre bei Gott Link Show U Trailer Okay let's go ich will sehen was Was es da gibt ey was ihr mir zu bieten habt Okay erstmal vorweg ich will komplett transparent sein Ich als Kingmade ich hasse es gegen einen guten Link zu spielen Also Nur damit ihr bescheiden ist Okay Show me your stuff Link Show U Oh ich will hier Outfit sehen Oh Dancing Phoenix Damn Oh die sieht cool aus Show U Show U Show U Aber sie Okay das ist der selbe Synchronsprecher Ich dachte schon für einen Moment aber sie hat neue Voicelines bekommen Ihr Kostüm sieht richtig nice aus gefällt mir richtig Okay Okay Ich glaub das ist pretty much alles da was wir schon kennen oder? Oder ehre mich da Parry Ja Okay June Stage Aber wir bekommen jetzt keine neue Stage mit dir das ist okay Heat Engager Okay Uh Uh Ja ich hab absolut nichts zu sagen Ist für mich alles Art of the Phoenix Dance Scheiß I don't know Oh Uh Okay Oh It's nice It's nice Okay Diese Victory Pose die war schon cute Das werde ich nochmal sehen Was ist das denn? Okay Ja sieht echt nice aus Hat mich jetzt nicht so weg gehauen wie sag ich mal Kazuyo oder King oder ähnliches Aber ihr Design ist gut Neue Intros neue Autos Paar neue Moos dass ich dazu bekommen Aber ich denke Link Mains werden sich freuen auf jeden Fall Ja Sieht schon verdammt nice aus Ich habe aber auch zu ihr nicht wirklich viel zu sagen leider Bis das Bis Darauf dass ihr Design sehr nice aussieht Also ich mag ihr Kostüm Die neuen Kostüme sieht echt Sick aus Und Joa Damn Wir bekommen echt viele Trailliner zur Zeit Ich freu mich echt was da los ist Vor allem wir haben ja Link vorher noch nicht gesehen Und einfach neue Charakter Reveal Also Ist klar dass sie dabei sein wird ne Aber Damn Einfach so Ich freu mich was das echt zu bedeuten hat Ob wir das Spiel jetzt früher bekommen werden als gedacht Ob wir noch mehr Charakter Trailer bekommen Ich bin Absolut ich habe keinen blassen Schimmer Ich kann dazu echt nichts sagen Aber freut mich auf jeden Fall Und Ja Cooler Trailer Ich hoffe euch hat die Geilzung gefallen Und Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Ciao Anyways Um If you liked this video Uh Don't like Don't comment Don't subscribe Don't retweet Don't follow Don't reblog Um Do not Smash the like button